Achtung, ein wichtiger Hinweis. FITUF Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, der Bundesregierung, dem LGL Bayern, den Gesundheitsämtern sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegungen entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Quellen, Pressemitteilungen und Presseanfragen. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Tätigkeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube oder Odyssee. Wir sagen herzlichen Dank hierzu im Voraus. Und schaut auch zu uns in den Telegram-Kanal, informiert euch, tauscht euch aus. Unsere täglichen Filme sowie Sondersendungen, die findet ihr auch auf der kostenfreien Plattform von Odyssee. Ihr findet Free Truth Media auch bei Facebook. Live-Übertragungen, die gibt es über die Plattform D-Live. Und wer mit uns direkt in Kontakt kommen möchte, der schickt uns eine E-Mail an free-truth-media-at-gmx.de. Hallo zusammen, es ist Montag, der 10. Januar. Herzlich willkommen hier bei Free Truth Media und selbstverständlich auch in dieser Woche wieder wie gewohnt für euch. Alles rund um die Corona-Zahlen, Daten und Fakten und heute wieder der Blick ins Dashboard des Robert-Koch-Instituts. Wir beginnen mit der Gesamtübersicht für ganz Deutschland. Positiv getestet in den letzten 24 Stunden laut dem Robert-Koch-Institut 25.255 Personen und gesundet in den letzten 24 Stunden in ganz Deutschland 32.000 Personen. Verstorben an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden in Gesamtdeutschland laut dem Robert-Koch-Institut 52 Personen. Und hospitalisiert heute Stand 18 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister 3.215 Personen, die an oder mit Covid-19 geimpft oder ungeimpft auf der Intensivstation liegen und dort auch versorgt werden. Und man sieht auch in dieser Woche geht der Trend auf den Intensivstationen weiter nach unten. Und somit heute Tagesaktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 676.600. Ja, das macht einen Anteil von 0,81%. Das heißt 99,19% alle Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz für Deutschland liegt bei 375,7 und das 7-Tage-Ehrwert liegt bei 1,17. Und wir schauen weiter nach Bayern. Positiv getestet in den letzten 24 Stunden in Gesamtbayern laut dem Robert-Koch-Institut 5.876 Personen, gesundet in den letzten 24 Stunden in ganz Bayern 4.100 Personen. Und verstorben an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden in Gesamtbayern laut dem Robert-Koch-Institut 10 Personen. Hospitalisiert heute Stand 18 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister 500 Personen, die an oder mit Covid-19 geimpft oder ungeimpft auf der Intensivstation liegen, dort auch versorgt werden. Und auch in Bayern sieht man, der Trend auf den Intensivstationen geht nach unten. Ja, und somit heute Tagesaktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern glatt 80.000. Das ist sehr aufgerundet vom Robert-Koch-Institut. In Prozent liegen wir bei 0,61%. Das heißt 99,39% aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Bayern, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für Bayern liegt bei 321,8. Und auch heute wieder wollen wir die Zahlen natürlich vom Robert-Koch-Institut und dem LGL in Bayern gegenüberstellen. Für alle, die neu dabei sind, LGL in Bayern ist die Institution, wo alle bayerischen Gesundheitsämter ihre Zahlen hinmelden. Und LGL meldet es dann erweitert zum Robert-Koch-Institut. Und hier kann man zumindest einmal auch die Nachmeldungen und die Streichungen der Corona-Fälle einsehen beim LGL. Und deswegen ist der Vergleich immer oder die Gegenüberstellung immer ganz gut. Hier Tagesaktuell 10.01.2022, 8 Uhr. Entwicklung seit der letzten Aktualisierung. Also Robert-Koch-Institut meldet 5.876 neue positive PCR-Tests in den letzten 24 Stunden in Bayern. Und das LGL meldet 3.652. Denn heute haben wir in Bayern 1.994 Nachmeldungen und 53 Löschungen. Von wann die Nachmeldungen im Genauen sind, das ist, ja, kann man aufschlüsseln, ist sehr aufwendig. Aber das kann Wochen zurückliegen. Also das muss nicht nur von gestern, vorgestern sein, sondern das kann wirklich einige Wochen. Wir hatten auch schon Monate danach, wo die Meldungen dann reingekommen sind. Und auch bei den Personen, die an oder mit Covid-19 verstorben seien, gibt es große Differenzen. Das Robert-Koch-Institut spricht hier von 10. Tatsächlich ist es aber eine Person, die an oder mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden in Bayern verstorben sei. 2. Nachmeldungen haben wir heute in Bayern 9. Soviel, damit man mal das Gegenüberstellen kann. Also man hat hier wirklich an einigermaßen einen Einblick, dass es auch wahnsinnig viele Nachmeldungen immer gibt. Und beim Robert-Koch-Institut im Dashboard steht es halt immer als aktuelle Fälle drinnen. Dann noch der Blick auf die Belegung der Intensivstationen in der Gesamtübersicht. Da ist er in der Karte der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir heute am 10. Januar um 18 Uhr in Bayern bei 15,8%. Nachbarland von Baden-Württemberg 18,8%. Ja und auch hier sieht man den Trend klar nach unten. Wie kommt diese Zahl zustande? Das sind die Personen, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen. Das ist ganz wichtig immer zu wissen. Der Einlieferungsgrund kann ein ganz ein anderer sein. Wenn aber obendrauf noch ein positiver PCR-Test kommt, dann ist man hier in dieser Karte und in diesen Zahlen mit dabei. Ja und wie gewohnt natürlich auch die allgemeine Belegung der Intensivbetten im Jahresvergleich. Wir wollen natürlich immer wissen, was war letztes Jahr um die gleiche Zeit los. Und am 10. Januar 2021 waren deutschlandweit 19.948 Intensivbetten belegt. Und ein Jahr später am 10. Januar sind es 18.793 Betten, die in Deutschland belegt sind. Das ist aber die allgemeine Belegung ganz wichtig. Das sind alle Fälle. Das sind nicht nur die, die an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen. Also das ist wirklich die allgemeine Belegung. Auch die freien Betten im Jahresvergleich. Letztes Jahr am 10. Januar hatten wir 3.997 freie Betten in ganz Deutschland noch zur Verfügung. Und ein Jahr später am 10. Januar sind es 3.321. Und auch die viel zitierte Notfallreserve wollen wir natürlich auch immer vergleichen. Letztes Jahr am 10. Januar hatten wir noch 10.382 Betten, die relativ schnell zur Verfügung gestanden wären in Deutschland. Und ein Jahr später liegen wir bei 8.168 Notfallreservebetten. Das wird immer wieder betitelt. Warum geht das so nach unten? Natürlich liegt hier die Personalstruktur auch ganz vorne. Also es gibt weniger Personal, das man hat. So vermittelt man es uns. Und auch ganz wichtig, die Pflegeschlüssel haben sich natürlich auch geändert. Dazu kommen wir aber dann mal in einer anderen Sendung ab. Ihr seht weniger Belegung in diesem Jahr gegenüber letztem Jahr, aber trotzdem auch weniger Betten zur Verfügung. Das waren die Zahlen für Montag, für den 10. Januar. Und jetzt schauen wir zusammen in die Meldungen. Ja, was war heute los? Am Montag, am Startmontag kommt gleich so eine Schlagzeile. Karl Lauterbach, was so beliebt wie die Angela Merkel. Mir ist ehrlich gesagt dazu keine Überschrift eingefallen. Da muss ich mal jeder seine eigenen Gedanken drüber machen. Aber mitten in der vierten von Omikron dominierten Corona-Welle verteidigt Gesundheitsminister Karl Lauterbach seinen Posten als beliebtester Ampelpolitiker. Das muss man sich mal überlegen. Er liegt in der neuesten Insa-Umfrage für Bild damit erneut vor seinen Kabinettskollegen und vor allem vor Bundeskanzler Olaf Scholz. Altkanzlerin Angela Merkel verliert in dieser Woche zwar mit zwei Punkten mehr als alle anderen Politiker, liegt aber weiterhin auf Platz 1 der beliebtesten Politiker und damit noch knapp vor Lauterbach. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Finanzminister Christian Linder verteidigen jeweils ihre Plätze auf Platz 4, 5 und 6. Und die Außenministerin Annalena Baerböck von den Grünen, die steigt sogar auf Platz 16 auf. Unglaublich, die CD-Politiker Norbert Röttgen, Carsten Linnemann, Friedrich Merz und Ralf Brinkhaus gewinnen ebenfalls hinzu. Und vor allem deshalb, weil sie von den Unionswählern deutlich stärker unterstützt werden. Merz gelingt es, den Abstand zwischen sich und Markus Söder unionsintern zu verkleinern. Ich habe euch auch nochmal die Übersicht, die Grafik mit rausgenommen, wer sie auf Platz 1 liegt. Also Angela Merkel auf Platz 1 und Schlusslicht unten auf Platz 20 die Alice Weidel und da davor der Tino Chrupalla, beide von der AfD. Also ihr seht, das kann man mal hier gut vergleichen. Macht euch selber Gedanken über diese Schlagzeile und vor allem über das Ranking hier in Deutschland. Und dann eine Überschrift, die hat es in sich heute in der Bild und zwar steht oben drüber Infektionszahlen steigen, aber Forscher und Regierung machen keine Panik. Corona-Wende-Fragezeichner. Und dann kommt das nächste Bild unten. Lauterbach erwartet weitere Corona-Maßnahmen, Verschärfungen zu gegebener Zeit. Dann habe ich mich gefragt, haben die den Lauterbach jetzt aus der Regierung ausgeschlossen? Nein, glaube ich nicht. Vielleicht haben sie ihn nur vergessen, aber der Lauterbach sagt ganz klar, weitere Einschränkungen sind unvermeidbar in der Zukunft. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält weitere Einschränkungen im Kampf gegen die Omikron-Variante für unausweichlich. Die am Freitag von Bund und Ländern getroffenen Beschlüsse seien zwar ein ganz wichtiger Schritt nach vorne, sagt er in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, aber das wird nicht reichen, Omikron zu besiegen. So Lauterbach daher werden weitere Maßnahmen noch notwendig werden zu gegebener Zeit. Vor allem gäbe es Grund zur Annahme, dass Ungeimpfte mit Omikron schwerer Erkrankten erkranken könnten. Und der Minister fügt hinzu, eine Durchseuchung wäre viel zu riskant. Ich erinnere euch noch mal ans Mutterland, der Omikron-Variante, wo man jetzt schon wieder komplett alles zurückgenommen hat und sagt, Omikron ist wie eine Grippe. Aber es geht weiter, denn die Gesundheitsminister haben heute auch besprochen. Sie haben sich zum ersten Mal offiziell getroffen. Ja, die Gesundheitsminister vom Bund und Länder beraten bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr voraussichtlich über eine, Achtung, mögliche vierte Impfung gegen das Coronavirus. Das geht aus der Tagesordnung für die heutige Runde hervor. Bisher läuft in Deutschland die Booster-Impfkampagne mit auf Frischimpfungen. Israel impft zum Beispiel bereits das vierte Mal. Und die Gesundheitsminister wollen sich den Informationen zufolge auch über die aktuelle Infektionslage und über neue Erkenntnisse zur Omikron-Virus-Variante sowie über den Stand der Corona-Tests austauschen. Bereits in der vergangenen Woche kamen die Gesundheitsminister zu einer Sondersitzung zusammen. Hier ein kleines aktuelles Update. Man konnte sich heute noch nicht dazu entschließen, jetzt verpflichtend die vierte Impfung schon anzugehen. Da möchte man noch abwarten. Da sei die Studienlage wohl noch zu gering. Und ist ja auch ein bisschen mit Voraussicht geplant. Wenn man jetzt schon von der vierten Impfung spricht, dann könnte es natürlich auch viele abschrecken, die nur nicht mal beim dritten waren oder die vielleicht nur nicht mal angefangen haben. Also von daher eins nach dem anderen. Aber sie wird mit Sicherheit kommen. Und damit man das immer mal so im Vergleich hat, der Impfvorreiter Israel. Da war jetzt heute eine Meldung. In Israel klettern die Corona-Infektionszahlen täglich auf neue Höchststände. Das Gesundheitsministerium meldete 21.501 neuen Fall für den Vortag. Die Zahl der Schwerkranken stieg auf 222. Im Herbst während der vierten Corona-Welle war der Höchststand bei mehr als 11.000 Fällen pro Tag gewesen. Die tatsächlichen Infektionszahlen dürften aktuell deutlich höher liegen. Denn Israel hat in der vergangenen Woche die Testpflicht gelockert. Nur noch Risikogruppen und Menschen ab 60 Jahren müssen einen PCR-Test machen, nachdem sie in Kontakt mit einem Corona-Infizierten gekommen sind. Und für alle anderen reicht ein Antigen-Schnelltest. Und der Ministerpräsident, der Naftali Bennett, warnte auf Facebook davor, dass sich in dieser Infektionswelle 2 bis 4 Millionen Israelis gelten. 2 bis 4 Millionen Israelis infizieren würden. Und nur noch 61 Prozent der 9,4 Millionen Israelis gelten nach Ministeriumsangabe als vollständig geimpft. Bereits rund 320.000 haben die vierte Impfung erhalten. Ja, also man muss sich das mal überlegen. Die Impfrate ist enorm hoch. Die war, glaube ich, bei über 80 Prozent gelegen. Wenn nicht noch höher, nagelt mich nicht fest. Und die Inzidenz liegt bei heute bei 1.028. Und dennoch hat man jetzt gesagt, also testen nicht mehr alle mit PCR. Was gibt es noch in der Welt? Ja, es geht auch weiter. Und zwar in Spanien. Da erwägt man lockere Corona-Nachverfolgung. Eine weniger strikte Nachverfolgung von Corona-Infektionen erweckt Spanien laut einem Zeitungsbericht. Die Regierung denke über Wege wie bei einer klassischen Grippeerkrankung nach, schreibt das Blatt El Pais. Dabei würde nicht mehr jeder einzelne Fall dokumentiert und es würden auch nicht alle Personen mit Symptomen getestet. Die Ministerpräsident Pedro Sánchez bestätigt grundsätzliche Überlegungen. Ja, da die Todesfallraten bei Corona-Erkrankungen gesunken seien, könne es an der Zeit sein, mit der Pandemie nun auf anderen Wegen umzugehen, sagt er dem Sender SEA. Ja, darüber soll er auch auf europäischer Ebene gesprochen werden. Sieben Tage Inzidenz, 1861,5 am heutigen Tag. Und da sagt man ja, das machen wir jetzt mal auf dem Weg wie eine Grippe, denn die Krankenhauseinweisungen gehen nach unten. Ich möchte nur informieren, Karl Lauterbach denkt an neue Beschränkungen, wir liegen in Deutschland bei 350 im Durchschnitt. Also von daher muss man sich das immer mal im internationalen Vergleich oder zumindest mal im europäischen vor Augen halten, so viel in Spanien. Und dann habe ich euch heute mal das neue Impfnavi für Bayern mit reingebastelt. Impfnavi natürlich meine Überschrift. Ist aber so, wer gilt denn in Bayern jetzt aktuell als geboostert? Und das muss man wirklich ganz entspannt mal durchlesen, damit da man auch überhaupt noch einen Überblick hat. Denn eine Auffrischung, Impfung, befreit bei 2G plus meist von der Testpflicht. Bisher gilt dies im Freistaat für viele Kultur, Freizeit und Sportangebote. Ob Bayern 2G plus auf die Gastronomie ausweitet, ist offen, was aktuell beim Boostern beim Booster-Status gilt. Bei 2G plus meist von der Testpflicht. Naja, alles schon wieder hinfällig. So, gucken wir mal, wie schaut es denn aus? Bund und Länder haben beim Corona-Gipfel am Freitag 2G plus für die Gastronomie beschlossen. Das hatten wir hier in der Sendung mit Ausnahme für geboostete Menschen. Und die bayerische Staatsregierung ließ bisher offen, ob sie den Beschluss umsetzt oder ob es bei 2G in Restaurants und Cafés bleibt. Die Entscheidung könnte am Dienstag fallen. Und dafür gilt im Freistaat 2G plus schon länger für Kultursport und Freizeitangebote im Innenräum. Wer bereits eine Auffrischimpfung bekommen hat, darf ohne aktuellen negativen Corona-Testzutritt erhalten. Wir hatten geplantes darüber hinaus, geboostete Kontaktpersonen von Corona-Infizierten von der Quarantäne zu befreien. Aber wer hat wann den Booster-Status? Fragezeichen. Ein Überblick über die Regelungen in Bayern. Schauen wir mal rein. Geimpft, geimpft, geimpft. Im Freistaat gelten dreifach Geimpfte 14 Tage nach der Auffrischungsimpfung als geboostert. Das Impfzertifikat kann zwar sofort in die entsprechenden Apps hochgeladen werden, befreit aber laut aktuell geltender Verordnung erst am 15. Tag von der Testpflicht für Kultur, Freizeit und Sport. Dann geimpft mit Johnson & Johnson. Auch wer zunächst eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten hat, braucht laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium zwei weitere Spritzen mit einem mRNA-Impfstoff, BayernTech oder Moderna, um als geboostert zu gelten. Geraten wird zur zweiten Impfung nach vier Wochen und zur Auffrischung frühestens nach weiteren drei Monaten. Der Booster-Status gilt auch hier erst ab dem 15. Tag nach der Auffrischung. Und Bayern beruft sich bei dieser Regelung auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission. In anderen Bundesländern reicht zum Teil eine weitere Impfdosis. Tja, geimpft, geimpft, genesen. Wer nach zweifacher Impfung von einer Corona-Infektion genesen ist, gilt in Bayern derzeit, Achtung, nicht als geboostert. Hier wartet die Staatsregierung ab, ob sich das Bundesgesundheitsministerium für eine Aufhebung der Testpflicht für diese Personengruppe ausspricht. Geimpft, geimpft, Corona bekommen, genesen, gilt nicht als geboostert in Bayern. Muss man auch wissen. Denn das finde ich wirklich, ich habe das nochmals unfassbar, geimpft, geimpft, genesen. Aber umgedreht schon, nämlich genesen, geimpft, geimpft, ungeimpfte, ungeimpfte Genesene brauchen für die Grundimmunisierung eine Impfdosis. Mindestens drei Monate nach der Erkrankung, frühestens nach weiteren drei Monaten, können sie eine zweite Spritze als Auffrischung erhalten und gelten dann 14 Tage in Bayern als geboostert. Also du hast Corona, bist geimpft, wirst dann nochmal geimpft, bist du geboostert. Geimpft, geimpft, genesen, genesen, geimpft, geimpft. Ja, ich muss es euch mit reinnehmen, es gibt auch noch eine schöne Grafik dazu, wer gilt in Bayern aktuell als geboostert. Geimpft, 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 genesen, genesen, geimpft, geimpft, geimpft mit Johnson & Johnson. Und plus zwei Impfungen mit einer mRNA-Impfung. Also schmunzeln, könnt ihr euch mal drüber Gedanken machen. Ja, und geimpfte bald wieder in der Gemeinschaft der Ungeimpften. Da kann man dann sagen, nur herzlich willkommen, denn die Gültigkeitsdauer des Corona-Impfzertifikats verkürzt sich ab 1. Februar. Für all jene Menschen, die noch keine Booster-Impfung bekommen haben, dieser Personenkreis soll dann nur noch 270 Tage, etwa 9 Monate, Anmerkung der Redaktion erlang, als vollständig geimpft gelten, heißt es in einer Antwort von Gesundheitsstaatsregisterin der Sabine Dittmar von der SPD auf eine Frage des CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers. Die AfD am Montag vorlag, bislang wurden die Zertifikate für ein Jahr ausgestellt. Die Verkürzung trifft also in der Regel Menschen, die zweimal geimpft sind, die aber noch nicht in die Boosterspritze oder die noch nicht die Boosterspritze bekommen haben. Mit der Neuregelung, über die zunächst Bild berichtet hatte, setzte das Gesundheitsministerium eine Vorgabe der EU um. Die Kommission hatte kurz vor Weihnachten im Allverfahren beschlossen, dass die Anerkennungsdauer von digitalen Impfzertifikaten der EU für die Grundimmunisierung auf 270 Tage festgelegt wird. Wir reden aber da nur von doppelt geimpft. Ihr habt gerade über sich geimpft, geimpft, geboostert ist jetzt. Das ist schon eigentlich lange wieder. Offen bleibt zunächst die Frage, wie lange nun die Impfnachweise von Geboosterten gültig sein sollen. Für Boosterimpfungen selbst wird mangels wissenschaftlicher Erkenntnis noch keine maximale Anerkennungsdauer vorgesehen, schrieb Staatssekretärin Dittmar in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage. Die Regelungen sollen regelmäßig überprüft werden, um gegebenenfalls auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse reagieren zu können. Also offen bleibt die Nachfrage, wie lange die Geboosterten dann geboostert bleiben. Laut Zertifikat und für Boosterimpfungen selbst wird mangels wissenschaftlicher Erkenntnis noch keine maximale Anerkennungsdauer vorgesehen. Auch gut zu wissen. Ja und dann im Juni kommt die Nummer 4. Denn der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, der Klaus Cichotec, geht davon aus, dass ein Omikron-angepasster Corona-Impfstoff bis spätestens Juni zur Verfügung stehen wird. Die Hersteller der mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus hätten diesen Prozess bereits in die Wege geleitet, sagt der Cichotec im ZDF-Morgenmagazin. Parallel habe auch der Zulassungsprozess dafür schon begonnen. Und Hintergrund ist, dass die aktuell verfügbaren Impfstoffe nicht so gut vor der Omikron-Variante des Coronavirus schützen, wie gegen frühere Varianten. Und da soll es bald möglichst zusätzliche Impfangebote dafür geben. Ich gehe davon aus, dass es im ersten Halber diesen Jahres entsprechend angepasste Impfstoffe verfügbar sein werden. Auch in ausreichender Menge, sagte nun der Pai-Präsident. Jetzt weiß man, warum sie die vierte noch nicht so beschlossen haben, sondern noch ein bisschen nach hinten angeschoben haben. Denn es gibt ja diesen Omikron-Impfstoff noch nicht. Also muss man jetzt erst mal das jetzt, was da ist, abverimpfen. Zu dritten, zu Booster, wie auch immer. Und dann, wenn man das neue hat, dann sagt man aber ganz schnell, oh, jetzt haben wir es ab zu vierten. Allerdings steht noch nicht ganz fest, wie der modifizierte Impfstoff aussehen sollte, sagte Cichotec weiter. Es gibt im Moment noch eine kleine Diskussion darüber, ob wir eine einfache Anpassung auf Omikron vornehmen sollten oder ob nicht vielleicht gleich Impfstoffe gewählt werden und angepasst werden sollten, dass nicht nur diese eine Variante wieder erfasst wird, sondern eine breitere Wirkung erzielt wird. Cichotec betont auch, dass es darauf ankomme, mehrere Maßnahmen zu kombinieren. Und zwar mache ich Hoffnung, dass ich bereits mit aktuellen Booster-Impfungen die Viruslast auch bei oder mit der Omikron-Variante Infizierten deutlich verringern lasse. Es müsste jedoch weiterhin beispielsweise auch Masken getragen und Hygieneregeln eingehalten werden. Also so viel zur Information, was kommt, wann kommt es, wie kommt es. Und ihr wisst, wir hatten ja den Bericht schon drinnen mit Israel Vierter, also Booster Nr. 4 oder Booster Nr. 2, dann in dem Fall die vierte Impfung. Da haben sie ja gesagt, die gehen schon wieder so schnell runter, diese Antikörper. Also es ist ein Wörter. Und dann Exit aus der Pandemie dank Omikron. Ja, der Virologe Stör ist gegen eine Impfpflicht. Schade, dass es nur eine Tickermeldung ist um 1.24 Uhr, denn wer liest es da schon? Aber der Virologe Klaus Stör spricht sich nachdrücklich gegen eine Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt aus. In der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärt Stör, ich hoffe, dass man nicht nur in Deutschland in den nächsten Tagen Omikron dankbar als Strategie für den Exit aus der SARS-CoV-2-Impfpflicht nutzt. Das sind klare Worte. Stör kritisiert, dass sich die Regierung beim Thema Impfpflicht in einem weitgehend datenfreien Raum bewege. Der Forscher fragte, wo sind die Projektionen zur Effizienz der Maßnahme? Wo sind die Hochrechnungen? Wie viele Infektionen, Hospitalisierungen und Todesfälle pro 100.000 Impfungen in welcher Altersgruppe verhindert werden können? Zudem, so der Virologe, würde eine Impfpflicht nicht vor März oder April eine substanzielle Wirkung zeigen. Dann sind aber nicht nur die Corona-Messen des Winters gesungen, dann wird auch die Populationsimmunität viel höher sein und der Infektionsdruck durch den Frühlingssignifikant nachlassen. Warum dann noch eine Impfpflicht durchdrücken? Mit welchem Ziel und vor allem, vor allem welchen Dingen wir rechtlich als verhältnismäßig begründen? Also sehr, sehr spannend, was der Herr Stör sagt. Auch wieder kein Verschwörungstheoretiker, wird oft zitiert, oft genannt. Ob man ihn aber hier deswegen um 1.24 Uhr über den Ticker geschickt hat, man weiß es nicht. Und der Papst hat sich auch gemeldet, die Realität der Kirche, meine Überschrift. Denn Papst Franziskus hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, die Impfungen gegen das Coronavirus weiter voranzutreiben an. Gesichts von kussierenden, nicht fundierten Informationen sei eine Realitätskur nötig, sagt das Oberhaupt der katholischen Kirche bei seinen Neujahrswünschen für das diplomatische Chor. Aber es ist wichtig, die Bevölkerung so weit wie möglich zu immunisieren. So der Papst, alle Menschen müssten den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung und zu Impfstoffen erhalten. Und zugleich wandte sich Franziskus gegen mit der Pandemie einhergehenden Verschwörungsideologien. Leider stellen wir immer mehr fest, dass wir in einer Welt leben, die von starken ideologischen Gegensätzen geprägt ist, sagte Franziskus. Viele ließen sich deshalb von Ideologien anstecken, die auf nicht fundierten Informationen beruhten. Derartige Ideologien verhindern eine objektive Betrachtung der Realität. Doch die Pandemie verlange, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Der Papst sagt immer, oder der Papst sagt, weite Impfungen seien keine Wunderwaffe im Kampf gegen das Virus, doch gemeinsam mit neuen Behandlungsmöglichkeiten seien sie letztendlich das beste Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Das 85-jährige Kirchenoberhaupt aus Argentinien hat er sich in der Vergangenheit ja bereits mehrfach für die Impfung ausgesprochen und dies als ein Akt der Liebe bezeichnet. Ja, macht euch mal Gedanken über diese Meldung. Ich finde sie sehr, sehr skurril. Vor allem der Papst und die Realität oder die katholische Kirche und die Realität, meine persönliche Meinung. Und eine Meldung, die finde ich wahnsinnig respektlos, 16.59 Uhr auf NTV. Corona-Ausbruch in Altersheim mit 13 Toten. Kein Achtung, Insasse geboostert. 13 Bewohner eines Seniorenheims in baden-württembergischen Rastatt sind inzwischen infolge eines Corona-Ausbruchs gestorben. Keiner habe eine Booster-Impfung gehabt, sagte ein Sprecher des Landratsamts am Mittag. Manche seien keinmal, andere ein- oder zweimal geimpft gewesen. Weiter hieß es, von 82 Bewohnern seien noch 28 positiv getestet und vier im Krankenhaus hinzukämmen fünf infizierte Mitarbeiter. Und seit Beginn des Ausbruchs, seit Weihnachten, sei bei 55 Bewohnern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Sind deutlich mehr als 50 Prozent aller, Achtung, wieder aller Insassen, Infektionen mit Omikron seien dabei nicht nachgewiesen worden. Wie kann man denn bei diesen Menschen von Insassen sprechen? Also lieber das NTV-Team, wer auch immer das verfasst hat, es ist wirklich respektlos, hier bei Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflege- oder Altersheim von Insassen zu sprechen. Es ist unglaublich, Verrohung der Gesellschaft. So, hier haben wir nochmal der Karl, fast so beliebt wie die Angela Merkel. Und jetzt habe ich heute noch ein paar Themen für euch in unserer Rubrik. Achtung! Musik Jawohl, nachgefragt, herzlichen Dank für eure vielen Fragen, die ihr uns schickt. Und wenn noch jemand Fragen hat, die wir stellen sollen an Behörden, an Ministerien, egal, schickt uns eure Fragen an frithofmedia.gmx.de und wir versuchen natürlich Antworten zu bekommen. Und ihr habt euch immer gefragt, Mensch, was ist mit der Krankenhausampel in Bayern los? Ja, weg ist sie. Und just in dem Moment, wo wir eine Antwort bekommen haben vom Staatsministerium, hat auch das BR darüber berichtet. Und was aus der Corona-Ampel in Bayern wurde, das war die Überschrift. Und wir gehen mal kurz in den Artikel rein, denn die Erläuterung ist spannend. Und dann schauen wir uns mal an, was mir das Ministerium geschickt hat. Also sie war der Versuch, ein neues Kapitel in der bayerischen Corona-Politik aufzuschlagen, eine neue Sicherheitsformel zu etablieren, die bayerische Krankenhausampel. Anfang September wurde sie eingeführt, stand zwei Monate lang auf grün, sprang dann innerhalb weniger Tage auf gelb und dann auf rot und wurde noch im November wieder aus der bayerischen Corona-Verordnung gestrichen. Und zur Begründung, ich sitze heute ein bisschen komisch am Rand, aber ist egal, oder? Nehme ich mal ein bisschen hier mit rein, bin ein bisschen kleiner, egal. Zur Begründung teilte das Gesundheitsministerium im Dezember mit, angesichts der hohen Hospitalisierungs-Inzidenz und der Belegung der Intensivbetten sei ein Absinken der Schwellenwerte auf die für die gelbe und grüne Ampelstufen maßgeblich Schwellenwerte vorerst nicht zu erwarten. Das heißt also, die haben gesagt im Dezember, da geht das nicht mehr nach unten, das bleibt auf Top-Level. Nur als Erinnerung, wir wählen jetzt in Bayern auf gelb. Krankenhausampelstunde momentan auf gelb und wir sind schon einen guten Weg auf grün. Und das hat sich aber geändert. Mittlerweile wird die Ampel wieder auf gelb anzeigen, denn die Zahl der Corona-Patienten auf den bayerischen Intensivstationen liegt deutlich unter dem Schwellenwert der Warnstufe Rot von 600. Da die Ampelstufen aber in der aktuellen Verordnung, die noch bis Mittwoch gilt, nicht aufgeführt sind, hat dies keine Lockerungen zur Folge. Und am Dienstag berät das Bayerische Kabinett darüber, welche Regeln ab kommenden Donnerstag gelten werden. Weil die Zahl der Infektionen wegen der ansteckenden Omikron-Variante aktuell wieder steigt, gilt ein Compact der Ampelstufen als unwahrscheinlich. Bund und Länder hatten sich zuletzt darauf verständigt, bundesweit flächendeckend auf 2G-Plus-Regelungen zu setzen, unabhängig von der Inzidenz. Also ihr seht, Bayern, egal, die Krankenhausampel ist fort. Ich habe dann auch nachgefragt gehabt, vielleicht haben wir es übersehen in ihren Pressemitteilungen, aber wann wurde die Krankenhausampel in Bayern außer Kraft gesetzt? Kann es sein, dass laut Corona-Schutzverordnung die Krankenhausampel in Bayern doch noch in Betrieb ist? Bisschen blöd, muss ich ja mal nachfragen. Und da die Zahlen der Intensivbelegung in Bayern abnehmen und die Ampel eigentlich auf gelb stehen oder zumindest bald stehen sollte, interessiert uns, wie es hier gehandhabt wird. Antwort kommt prompt. Die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahme-Verordnung trat am 2. September 2021 in Kraft und sah bestimmte Maßnahmen bei Überschreiten der für den gelben und roten Ampelstufe maßgeblichen Schwellenwerte vor. Mit Überschreiten des für die rote Ampelstufe maßgeblichen Schwellenwertes galten ab dem 9. November 2021 die verschärften Maßnahmen der Ampelstufe rot. Diese Maßnahmen der roten Ampelstufe wurden auch aus Gründen der besseren Lesbarkeit in den allgemeinen Teil der neuen 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung übernommen und noch verschärft. Aufgrund der besseren Lesbarkeit. Okay. Und die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung vom 23. November 2021 sieht gegenwärtig keine nach der Hospitalisierungsrate konkret differenzierenden Regelungen sogenannte Krankenhaus-Ampelstufen regional oder bayernweit mehr vor. Und regional differenzierende Regelungen enthält die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung derzeit in § 15 mit dem regionalen Hotspot-Lockdown. Ein regionaler Hotspot-Lockdown knüpft an die vom RKI für einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz an und wird beim Überschreiten des Werts von 1.000 ausgelöst. Dessen ungeachtet ist die Hospitalisierungsrate nach wie vor entscheidendes Kriterium für die seitens der Staatsregierung erlassenen Maßnahmen und wird diesen zugrunde gelegt. Entsprechend stellt auch die Begründung zur 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung neben weiteren Kriterien wie etwa die Achtung-7-Tage-Inzidenz und die Achtung-Impfquote maßgeblich auf die Hospitalisierungsrate bzw. Lage an den bayerischen Krankenhäusern ab. So die Erklärung. Also das hat man mal, weil man eine Zahl, so wie jetzt bei 600, 450 war glaube ich noch ein Schritt. Das ist nicht, das ist zu unübersichtlich. Da macht man lieber einen ellenlangen Text mit rein in die bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung und dann ist es viel einfacher und keiner blickt mehr durch. Und da die ja jetzt eh nach unten gehen und jetzt schon wieder fast auf grün zu steuern, ja wie wäre denn das, wenn man dann jetzt hier Maßnahmen zurückfahren müsste, obwohl die Fallzahlen nach oben gehen, keiner kommt mehr ins Krankenhaus, kann man nicht verantworten. Deswegen einfach mal unter den Teppich gekehrt. Soviel zu der Krankenhausampel. Und dann diskutiert man ja auch immer wieder, wie das denn mit den Nachmeldungen ist. Von wann sind die Nachmeldungen? Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, die sind halt von gestern oder vorgestern. Habe ich euch ein ganz aktuelles Beispiel hier aus Kitzingen. Wie entstehen Nachmeldungen? Heute Pressemitteilung, bzw. Entschuldigung, 7.1.2022, weiterer Todesfall, die Überschrift der Pressemitteilung. Verspätet wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall mit einem positiven Corona-Test gemeldet. Bereits am 10. Dezember ist eine 92 Jahre alte geimpfte Frau in einer Klinik in Geroltshofen verstorben. Sie war chronisch krank, positiv auf Corona getestet und ist der 107. Todesfall im Landkreis Kitzingen. So, und am 7.1. war diese Frau dann eigentlich als aktueller Fall mit drinnen. Aber das LGL macht es ja wirklich transparent und sagt dann, okay, das war eine Nachmeldung. Aber beim RKI steht das als aktueller Fall dann drinnen im Dashboard. Und so entstehen die Nachmeldungen. Aber ihr seht, das ist jetzt vier Wochen her, diese Nachmeldung. Also da kann man immer so mal den Zeitraum sehen. Die können wirklich, wirklich länger zurückliegen. Und der Einlieferungsgrund der Frau muss jetzt nicht hier Covid gewesen sein. Die kann auch wegen ihren chronisch kranken, Krankengeschichte eingeliefert worden sein. Und nachdem wie das jetzt ja momentan so ist, muss ja jeder getestet werden. Hoppla, der Test ist noch positiv. Dann geht sie natürlich auch in die Statistik Corona-Fallzahl und Corona-Todesfall mit ein. Obwohl sie vielleicht wegen einem ganz anderen Grund eingeliefert worden wäre. Aber das hat man ja hier auch schon oft in der Sendung. So, das war es zu Nachgefragt. Das war es für den Wochenstart, für das Erste. Heute sind wieder viele Leute in Deutschland unterwegs. So, vorhin ein bisschen reingeguckt. Ich war ja gestern auch in Schweinfurt unterwegs auf den Spaziergängen. Habe mir das Ganze angeschaut und natürlich auch wieder journalistisch begleitet. Gott sei Dank keine Ausschreitungen. Es war natürlich wieder das klassische Spiel. Die Menschen laufen los. Die Polizei hat es aufgrund von der Allgemeinverfügung von Schweinfurt verboten. Die Menschen werden aufgehalten, Ordnungswidrigkeiten werden ausgefüllt. Ja, das gleiche Spiel wie immer. Und dann gehen die Leute nach Hause und denken sich, Mensch, habe ich wieder eine Ordnungswidrigkeit bekommen. Aber zumindest war jetzt das, was wir sehen konnten. Keine Gewaltausschreitungen. Und ich habe auch wieder versucht, irgendwelche politische gruppierte Menschen zu finden. Ich habe es nicht. Ich habe wieder die totale Mitte der Gesellschaft angetroffen, wie jedes Mal. Es war eine gute Stimmung, viele tolle Gespräche. Also ja, so ist es. Aber Montag, es geht weiter. Mal gespannt, was heute deutschlandweit auf den Straßen los ist. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es hier auch weitergeht. Vor allem, wie es die Woche dann in Bayern weitergeht, wenn neue Kabinettssitzung ist mit dem Neuen. Was dann ab Donnerstag wieder gelten soll. Und wer dann wieder noch geboostert geht. Och Gott, Leute. Ein Durcheinander, ein Chaos. Aber hey, wir bleiben dran und starten jetzt mal ein bisschen locker in die Woche. Ich sage danke für alle, die Free Tooth Media unterstützen. Ihr seid super. Und wenn das auch du tun willst, schau einfach in die Kanalinfo bei YouTube oder auch bei Odyssey. Da sieht man das. Ansonsten teilt, liked, kommentiert. Aber immer fair, sachlich und konstruktiv. Veranregungen sind wir natürlich auch offen. Da schreibt seine E-Mail an freetoothmedia.gmx.de und schaut auch in die Telegram-Gruppe vorbei. Da kann man sich auch mal gut austauschen. Da haben wir ein bisschen die neuesten Informationen mitbekommen. Und wenn ich mal nicht schnell live kommen kann. Aber es ist irgendwas Wichtiges. Könnte auch passieren, dass ich da mal so wie gestern Abend in Schweinfurt oder aus Schweinfurt die Filme im Telegram-Kanal hochgeladen habe. Ja, mein Gedanke zum Schluss. Wir warten es ab. Wir gucken mal, was jetzt noch diese Woche kommt. Die lassen sich bestimmt wieder viel einfallen. Dann schauen wir mal, wie es mit der Impfpflicht weitergeht. Ich denke mir nur jetzt momentan Panikmodus rausnehmen. Denn in Österreich hat es auch nicht funktioniert, das gleich zum 1. Februar zu machen. Wir schauen erst mal, wie es hier weitergeht. Wichtig ist, dass man da draußen jetzt einfach mal die Realität wieder sieht und sagt, hey, die haben so viele Widersprüche schon in sich mit der dritten, mit der vierten Impfung und so weiter. Da muss man jetzt erst mal eruieren. Und ich sage ja immer, die Wahrheit kommt raus. Und dann wird es auch hier alles sich noch wahrscheinlich ändern. Ich bin da nach wie vor davon überzeugt. Denn in Hamburg kam es ja auch heraus, dass die mit falschen Zahlen Politik gemacht haben. Genau wie in Bayern. Wichtig ist, dass man da dran bleibt, dass wir dahinter kommen, dass wir die Wahrheit nach draußen bringen. Schade ist immer nur, dass die halt keine Konsequenzen davon tragen. Das muss sich natürlich ändern. Da muss einfach noch massiver Druck kommen. Und zwar auch von den Medien her. Und wir versuchen natürlich hier tagtäglich auch unseren Teil dazu beizutragen. Aber ich bin der Meinung, die Wahrheit kommt raus und das wird sich noch ändern. Deswegen ja, die peilen jetzt die Impfpflicht an. Aber wie will man denn die Impfpflicht rechtfertigen, wenn in zum Beispiel Israel man jetzt schon festgestellt hat, dass selbst die vierte Impfung die Antikörper so rapide dann wieder absinken, dass die dann schon wieder auf dem Stand nach der dritten Impfung sind, kurz ein paar Tage später. Also das ist alles noch. Es wird alles immer nie so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das war mein Gedanke zum Schluss. Und ja, geht raus, trefft euch mit Menschen, holt euch Kraft, holt euch Energie und ihr wisst doch, dass wir nicht nur ein paar sind, sondern wir sind halt einfach viele, die bei den Fakten hinschauen. Und es gibt halt noch viele da draußen, die die Fakten aufgrund von der Informationslage der anderen Medien leider nicht mitbekommen und die dann auch vielleicht mit völlig falschen Illusionen unterwegs sind. Die denken, die Intensivbetten oder Intensivstationen platzen völlig aus allen Nähten. denen muss man erklären, hallo, es ist nicht so, das ist nicht der Fall. Und nur weil jemand mit Corona dort drauf liegt und es wird dann wieder so jemanden oder es wird dann so suggeriert von den Medien. Das stimmt nicht. Der kann wegen was ganz was anderen da reinkommen, hat einen positiven Test, hat aber gar keine Anzeichen von Corona Symptome. Der hat vielleicht einen Schlaganfall oder irgendwas anderes. Aber der Test ist positiv, dann ist es ein Corona-Patient. Ja, man differenziert da nicht, sondern vermischt alles, hält Zahlen nach oben oder schraubt auch Zahlen hoch, die eigentlich so gar nicht legitim sind. Da gilt es jetzt einfach an uns weiter aufzuklären, weiter dran zu bleiben, euch weiter die fundierten Informationen zu bringen. Und ihr könnt dann mit den Informationen weiter rausgehen und habt dann auch Argumente und könnt auch dann aufgrund von den Quellen den Leuten zeigen, hier schau mal, so ist es doch gar nicht. Da wird viel Panik verbreitet. Ihr habt es bei der Bild-Zeitung-Titelseite gesehen. Die Politik und die Spezialisten machen keine Panik. Nur der Herr Lauterbach macht Panik. Also es bleibt auf alle Fälle interessant, spannend und wir bleiben mit dabei. So, jetzt in diesem Sinne, genießen wir noch unseren Montagabend und ihr wisst doch einmal Luft holen. Und wir sind viele und wir werden immer mehr und das merkt man doch an jedem Tag, wo man nur da draußen unterwegs ist. Deswegen bleibt in der Mitte. Wir sehen uns morgen wieder hier bei Free Truth Media und ich sage danke fürs Zuschauen und noch ganz zum Schluss, unser bestes Argument ist immer noch die Wahrheit. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen, euer Dirk. Bis morgen, euer Dirk.